Dietmar Dath, Sie sind heute Abend am DAI in Heidelberg, um aus Ihrem Roman Venus Siegt vorzulesen, einem Science-Fiction-Utopie-Roman. Die Grenzen sind ja manchmal fließend. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, was zieht Sie denn so sehr zur Science-Fiction und zur Utopie? Ist das ein Wunsch nach einer besseren, gerechteren Gesellschaft? Oder was spielt in dieser Attraktion mit hinein? Ich glaube, der Wunsch nach einer besseren und gerechteren Gesellschaft führt eher dazu, dass man irgendwo auf die Straße geht und mit Leuten mitmarschiert, die in irgendeiner Form Druck ausüben oder dass man sich irgendwelchen Dingen verweigert, die von einem verlangt werden und die diese Gesellschaft vielleicht zu einer machen, die nicht den Idealzustand der Zivilisation erreicht hat. Was mich an der Science-Fiction interessiert, ist, dass sie in besonderer Weise ernst nimmt, was Literatur eigentlich seit ihren noch quasi mythischen Ursprüngen immer versucht hat, nämlich sich nicht damit zu beschäftigen, was ist, also nicht Reportage zu sein, sondern mit dem, was sein könnte. Also mit dem, was man fürchtet, mit dem, was man erhofft und mit dem, worüber sich einfach in irgendeiner Form spekulieren lässt. Das Interessante ist, dass diese beiden Wörter, Science und Fiction, in gewisser Weise die neuzeitlichen, die modernsten, die gegenwärtigsten Erben sind der alten griechischen Unterscheidung von Episteme und Techne. Das ist die Unterscheidung sozusagen zwischen Wissenschaft und Kunst. Episteme als die Erkenntnisweise dessen, was gar nicht anders sein kann. Also Wissenschaftler finden raus, so ist es und so muss es auch sein. Das ist dann Erklären. Techne als das, was auch anders sein könnte und was wir hervorbringen. Zum Beispiel, also Techne heißt nicht einfach Technik, das heißt auch Kunst bei den Griechen. Zum Beispiel, eine Tasse kann auch keinen Henkel haben, eine Tasse kann auch sehr flach sein und so weiter, aber es ist immer eine Tasse, sie kann also auch anders sein. Aber es gibt einen gewissen Spielraum, den gibt es bei Wahrheiten in dem Sinne nicht. Die Wahrheit ist wahr oder nicht. Napoleon ist nicht ein bisschen dann und dann gestorben, sondern er ist dann und dann gestorben oder nicht. Die Tasse hat einen Henkel oder kein Henkel ist immer noch eine Tasse. Die Science Fiction vermittelt zwischen diesen beiden Formen. Und das ist natürlich besonders dann wichtig, wenn, sage ich mal, der allgemeine gesellschaftliche Zug in sozialem Zusammenleben, in der Politik, aber sogar in der Ästhetik mehr und mehr weggeht von Techne und mehr und mehr hingeht zu Episteme in dem Sinne, dass, sagen wir mal, vor 100 Jahren ein Kriegseinsatz noch begründet wurde mit wir wollen uns dieses Land nicht wegnehmen lassen oder wir wollen dies oder jenes, also Programme verkündet wurden für Kriege, während heute oft eine gewisse Faktizität zum Beispiel behauptet wird, dass gesagt wird, es werden Satellitenbilder hochgehalten, hier, der hat Massenvernichtungswaffen, jetzt müssen wir, also auf der Basis von fast Erkenntnissen, es wird argumentiert wie so ein Arzt. Die aber verschleiert werden eigentlich, ne? Naja, die Frage ist, ob sie wahr sind, aber der Punkt ist eben, die Argumentation ist immer mehr eine von Expertise, von Sachzwang und nicht mehr so sehr eine von Programmen. Also es wird nicht gesagt, wir überfallen jetzt den, weil er unser Erbfeind ist oder irgendwas Programmatisches, weil wir eine andere Zivilisation wollen als die Welschen und die Franzosen, sondern es wird gesagt, wir müssen, denn aus A folgt B so Kausalitätsargumente. Also die Motivation wird auch nebulöser, ne? Naja, aber je mehr es so ist, dass nicht mehr begründet wird, wir wollen, sondern es ist, desto wichtiger wird es, die Spielräume offen zu halten, die zeigen, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen dem, was ist und dem, was man tut, denn, wie wir seit David Hume wissen, aus dem, was ist, folgt überhaupt nicht zwingend, was wir tun müssen. Der Schritt vom Sein zum Sollen involviert einen Willensakt, und zwar sowohl individuell wie kollektiv. Das heißt, sonst wäre ja beispielsweise das Hungerproblem ganz einfach damit zu lösen, dass man sagt, Menschen sind essbar. Also das ist ja ein Faktum, das ist eine Tatsache. Also würde darauf folgen, Kannibalismus ist die Lösung, sozusagen. Ist aber nicht die Lösung, weil zwischen dem, was ist und dem, was wir tun sollen, gibt es eine ethische, eine moralische oder eben eine ästhetische Reflexion. Und die ästhetische schätze ich natürlich deshalb besonders, weil sie keine besonders brutalen Folgen hat. Also weil man da einfach was durchspielen kann. Und kommen wir dann nicht wieder zurück zu den Menschen auf der Straße, die Sie eben erwähnt haben, die dann mit einem Science-Fiction-Roman auch eine Vorlage bekommen, eine Vision oder zumindest eine Grundlage, auf der Sie sich auseinandersetzen mit dem, was Ihnen nicht gefällt und weswegen Sie auf die Straße gehen? Also ich glaube, es ist vermittelter. Ich glaube, es ist nicht so, dass die Science-Fiction funktioniert wie, sagen wir mal, ein brechtsches Lehrstück oder wie ein Gewerkschaftsgedicht oder irgendwas in der Art. Aber in der Tat, wenn diese Möglichkeitsräume offen gehalten werden, in spekulativer Literatur oder anderer spekulativer Kunst, in Filmen und so weiter, dann passiert eine Sache nicht. Ich würde es viel bescheidener und negativer ausdenken. Ich würde nicht sagen, es motiviert und mobilisiert die Leute. Aber ich würde sagen, dass Karl Kraus in gewissem Sinne Recht hatte, als er gesagt hat, der Erste Weltkrieg ist passiert, weil sich die Leute sowas nicht vorstellen konnten. Oder wenn man an eine jüngere Sache denkt, 9-11, da war es ja so, warum wurde das zweite nicht, wenigstens das zweite Flugzeug schon gestoppt, weil die immer noch gedacht haben, das kann nicht sein. Das heißt, wenn du Dinge ausprobierst, wenn du über Dinge nachdenkst, wenn du dir vorstellen kannst, was passiert, kann vielleicht einiges vom Schlimmsten vermieden werden, einfach deshalb, weil die Leute präsent haben, was dann passiert. Ein Beispiel, wo es mit geringem Beitrag, aber doch Beitrag der Kunst, tatsächlich funktioniert hat in gewisser Weise, die Atombombe ist eine der wenigen Waffen in der Menschheitsgeschichte, die einmal eingesetzt wurde, gut, zweimal und dann lange nicht mehr. Weil die Leute sich jetzt vorstellen konnten, was das heißt. Und damit hat die Abschreckung funktioniert. Und damit hat die Abschreckung nicht nur als Abschreckung zwischen zwei Ländern funktioniert, sondern auch die Abschreckung des Menschengeschlechts von sich selbst und seinem eigenen Zerstörungspotenzial. Muss nicht für immer halten, aber die Vielzahl an, sage ich mal, postapokalyptischen Fantasien, die entstanden sind ab den 50er Jahren, haben sicherlich eine Rolle dabei gespielt, dass bis tief ins Massenbewusstsein eine Klarheit davon hergestellt wurde, das ist nun wirklich die schlimmste Waffe, die es gibt. Und immerhin, wir haben es geschafft, uns soweit zu beherrschen, bei all dem Irrsinn und Wahnsinn und Horror, der passiert ist danach. Das ist nicht passiert bis jetzt. Also ganz bescheiden, die Leute werden an Dinge erinnert, es wird ihnen vorstellbar gemacht, was sie vielleicht nicht tun sollten. Und das funktioniert auch dann direkt über die Literatur? Weil wir erleben ja eigentlich ein gegenseitiges Sich-Überholen, die Wirklichkeit überholt die Fiktion, die Fiktion dann wieder die Wirklichkeit in den Bildern, die wir erleben. Also da spielt die Science bei der Science-Fiction sicherlich eine Rolle. Insofern, sage ich mal, die gewagteren Szenarien der Science-Fiction, was so Greg Egan oder so Leute machen, wo dann, weiß ich nicht, Bewusstsein runtergeladen wird und ähnliches, die sind nur begrenzt durch unser Wissen über die Naturgesetze. Und zwischen dem, was wir heute technisch machen können, und dem, was die Naturgesetze erlauben, ist ein so großer Spielraum, dass man einfach sagt, selbst wenn wir sozusagen von heute an anfangen würden, die Prinzipien, die man zum Beispiel braucht, um auf dem Mond zu landen, haben wir ja sogar schon ausprobiert. Technischer Stand, Mars würde auch schon gehen, aber da ist immer, das hinkt lange hinterher. Insofern hat sich die Science-Fiction tatsächlich die Mauer ausgesucht, die am relativ weitesten weg ist, wie wenn ein Maler sich einen Fluchtpunkt sucht, um wirklich fantastisches Perspektivgemälde malen zu können, sagt man, okay, weiter weg als der Horizont, das ist nun die äußerste Grenze, die die Naturgesetze noch erlauben, der Energieerhaltungssatz oder irgendwelche unverbrüchlichen Dinge, die einfach nicht wanken und schwanken. Da ist dann viel Platz. Also das Terrain ist sehr groß. Wobei es aber auch sehr zusammenschrumpft, wenn ich daran denke, was Aldous Huxley beschrieben hat in den 30er Jahren und wie schnell das dann tatsächlich im Prinzip wenigstens sich umgesetzt hat. Sei es jetzt In-vitro-Fertilisation oder andere Themen, der Abstand schrumpft eigentlich sehr schnell. Der Abstand schrumpft auf jeden Fall. Und wahrscheinlich mit diesem Bewusstsein herunterladen usw. Sie haben mir die Themen auch angesprochen. Und wir wissen, was in der Robotik, in der Neuroscience alles abläuft. Also dürfen wir wahrscheinlich gespannt sein, wie schnell das eine oder andere wiederholt. Ich würde noch gerne auf ein anderes Thema kommen. Sie haben in dem Buch auch immer wieder sehr schöne, ästhetisch ansprechende Szenen. Zum Beispiel diesen glasklaren grünen Himmel relativ am Anfang des Buches. Wie wichtig ist Schönheit für Sie in der Literatur? Ja, essentiell. Und zwar in dem ganz simplen Sinne. Ich glaube, es Stendhal war es, der gesagt hat, Schönheit ist das Versprechen von Glück. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Vokabular eines fantastischen Romans, einer fantastischen Literatur und, sagen wir mal, Reiseschriftstellerei, ist ja der, das gibt es wirklich nur im Kopf. Also niemand kann sagen, bei Bruce Chetwin kann ich sagen, da fahre ich mal hin. Dann ist es vielleicht runtergekommen gegenüber der Schilderung, weil inzwischen sind die Touristen da und so weiter. Aber ich muss sozusagen die Pixeldichte oder die Körnung oder die ästhetische Erfahrung, einen anderen Raum zu betreten, rein mit Worten herstellen. Und das geht, denke ich, nur über Lockung und sicherlich auch, Sie haben Huxley erwähnt, über Abschreckung. Das heißt, über in gewissem Maß viszerale Reaktionen, die sozusagen das wiedergutmachen, was an Körnung fehlt. Also das, weil es halt nur ausgedacht ist. Es muss dann so ausgedacht werden, dass es tatsächlich sozusagen Effekte erzielt, die tief in die Person reingehen. Die nicht einfach nur kognitiv bleiben, wo nicht einfach nur jemand sagt, stell dir vor, wie in der Schule beim physikalischen Gedankenexperiment, du bist in einem Fahrstuhl, der bla bla bla. Sondern damit die Leute wirklich sich vorstellen, dass sie da drin stehen, muss ich versuchen, den Geruch zu beschreiben und so weiter. Dann komme ich schnell zu sozusagen biologischen fast Bewertungsschemata, die dann in der äußerst sublimierten Form schön oder hässlich sind. Also ich muss sie ansprechen oder abstoßen, sonst sind sie nicht mit drin, sonst hole ich sie nicht rein. Und was bewirkt Schönheit im Menschen? Wenn er jetzt Schönheit durch Literatur erlebt, wie durch solche Beschreibungen? Ehrlich gesagt ist es ganz schwierig für mich, über Wirkungen zu sprechen, weil man sich extrem weit entfernen muss von den Zuständen, die man erzeugen will, um sie erzeugen zu können in der Literatur. Also wer unter Tränen etwas Trauriges schreibt, kriegt ein Gestammel hin, von dem niemand anderer in dieser Weise angerührt wird. Oder in der Zeit der Fun-Punk-Platten war es so, dass man sehr häufig gehört hat, das hat jetzt bestimmt total Spaß gemacht im Studio und er leider überträgt sich nicht, weil es einfach nur schlecht ist. Ja, Distanzwählchen. Weil es einfach nur scheppert. Das heißt, ich könnte sozusagen sprechen über Techniken, wie man bestimmte Wirkungen erzeugt und ich könnte dann wieder darüber sprechen, wie andere Literatur auf mich wirkt, aber ich kann nicht darüber sprechen, welche Wirkung meine eigene Literatur erzeugt, weil ich das nicht weiß. Also weil es eine Wette ist, das kann ich nur hoffen. Und selbst in Rezensionen ist es ja wieder sozusagen one step removed, weil derjenige wieder versucht ist, es zu reverbalisieren. Also da komme ich nicht hin. Das ist tatsächlich, ich halte das für vermessen und ich halte das auch für auf Dauer schädlich, wenn man sich da reindenkt. Ich habe zwar immer einen Adressaten im Kopf, es ist nicht an die anonyme Entität Publikum gerichtet, sondern meistens ein Brief an ein, zwei Personen. Ich habe eigentlich bei jedem Buch jemanden vor Augen. Aber die Wirkung ist dann eher eine, die wieder darauf spekuliert, dass der mir dann irgendwas sagt, aber nichts über den Moment, wo er oder sie es liest, sondern eher so, was davon in Gang gesetzt wird oder so. Und wenn ich das noch fragen darf, was bewegt Schönheit in Ihnen? Gerade weil Sie eben sagten, es ist essentiell. Ja, Schönheit ist sicherlich etwas, das mich zur Science Fiction auch gebracht hat, weil das ist halt jetzt die Frage. Also es gibt Leute, die sagen, an einer besonders schönen Gleichung, an der Dirac-Gleichung oder für das relativistische Elektron oder an dem berühmten E gleich einmal C-Quadrat, das ist hocheffektiv, aber ich glaube, Dave Simm war es, der immer gesagt hat, but it lacks a little something in the poetry department, also es ist nicht poetisch. Mir geht es genau andersrum. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn jemand, sagen wir mal, Wörter aneinander reiht, die sozusagen konventionell für bestimmte sentimentale Euphorien oder sowas stehen, also Sommertag, Blümeleien, Herzepumpern oder so, das lässt mich kalt. Wenn ich aber den Eindruck habe, dass jemand sozusagen kristallin in einem Punkt, den das Gehirn zwar erreicht, der aber so ein bisschen ist, ich werde da nachher versuchen, darüber zu reden, dass er uns erlaubt, was zu sehen, was wir eigentlich nicht sehen können. Also die Schönheit, die Science Fiction für mich hat, vor allen Dingen Johanna Russ, ich schreibe lustigerweise tatsächlich gerade ein Buch über Science Fiction, über die Ästhetik, über die literarische Ästhetik der Science Fiction. Ich werde auch darüber nachher wahrscheinlich was sagen. Aber was ich sozusagen von den größten Stilisten empfangen habe in dem Genre, von Johanna Russ, Samuel Delaney, übrigens kein Zufall, dass das alles Minderheitenpositionen sind, Johanna Russ, die als lesbische sozialistische Frau geschrieben hat, Samuel Delaney, ein schwarzer amerikanischer Schriftsteller, also Leute, die eigentlich nicht in diesem klassischen Science Fiction Ingenieure, weiße Jungs, die auf die Realschule gehen und dann eventuell noch mit Fischertechnik irgendwie eine Alarmanlage bauen oder so, sondern Leute, die eigentlich von außen da reingekommen sind und dann mit dieser kristallinen Schönheit gearbeitet haben. Was die mir geschenkt haben, ist, dass sie sozusagen über den, ja doch zum Verzweifeln schlimmen Weltzustand, den dieses 20. Jahrhundert hat. Das war ja wirklich ein Jahrhundert des Grauens, also in vieler Hinsicht. Und dass sie einem aber sozusagen helfen, das in der Form zu konfrontieren, dass sie nicht Tröstungen anbieten, sondern Trost. Und der Unterschied ist, Tröstung sagt, es ist ja gar nicht so schlimm. Echter Trost, auch wenn man Freunde hat, wenn man einen furchtbaren Tag durchlebt hat, sagt, ja, so schlimm ist es. Es wird einfach anerkannt, dass es so schlimm ist. Es wird nicht drüber gespachtelt, sondern es wird sozusagen angeguckt mit einer Liebe, die sagt, es ist so schlimm und wir können das deshalb sagen, weil an uns irgendwas ist, was uns einen Rest von Distanz erlaubt. Und wie Shakespeare sagt, es ist noch nicht das Allerschlimmste, solange noch einer sagt, es ist das Schlimmste. Weil so lange hat man noch eine Möglichkeit, rauszugehen aus dem Leiden. Und das ist eine Form von Geschenk und von Mitleid. Und insofern finde ich die schwärzesten Texte, die finstersten Texte dieser Autoren, die ich genannt habe, auch Harlan Ellison, allein so ein Titel wie, von Ellison gibt es einen Titel, The Beast That Shouted Love at the Heart of the World. Diese Kontrastierung von extremer Kälte, Härte, wissenschaftlicher Präzision und Pathos, das aber nicht sozusagen unter Tränen stammelt, sondern das immer noch versucht, die Worte zu fassen zu kriegen, das bewegt mich sehr und dem versuche ich nachzueifern. Es ist auch ein Aufgehobensein darin. In gewisser Weise, ja. Also es schafft einen Schutzraum. Und zwar nicht einen, der lügt, sondern einen, der anerkennt, dass der Schutzraum nötig ist, weil es etwas gibt, wovor ein Schutz nötig ist. Ein Hoffnungsschimmer auch? Unbedingt. Also Hoffnung ist ja einfach nur die Vorstellung, es muss nicht so schlimm sein. Genau, der Raum kann sich wieder öffnen. Absolut. Zu Ihrem Schreiben nochmal insgesamt. Sie schreiben unglaublich viel und in ganz unterschiedlichen Sorten. Sie haben Romane, Gedichter, Essays, die journalistische Arbeit natürlich. Graphic Novel ist dabei. Ich fragte mich auch mal ganz praktisch, wie schaffen Sie diese Menge, aber auch noch anders gefragt, ist Schreiben ein Ordnungsprinzip für Sie? Unbedingt. Auf jeden Fall. Also ich messe tatsächlich Jahre in, naja, es sind so kleine Eisberge. Also die Spitze vom jeweiligen Jahr ist das Buch, also das, was dabei rauskommt. Aber durch diese Spitze kann ich mich an den Eisberg erinnern. Das heißt, über das Buch erinnere ich mich daran, was ich in dem Jahr gemacht, erlebt, durchlitten, gehofft, gefürchtet und geschafft habe. Was das Buch alles genährt hat. Das ist wie so ein Selfie auf eine Art, aber halt ein kognitives und ein emotionales Selfie. Und vor allen Dingen sind es Selfies, wo andere mit drauf sind. Also weil ein Selfie-Selfie würde mir nicht irgendwie eine Orientierung geben. Ich muss immer gucken, relativ zu was bin ich in dem Jahr gewachsen. Das heißt, da sind die Menschen drauf, denen ich was verdanke in dem Jahr. Und weil sie sagen unheimlich viel, das hat zu tun damit, dass, insofern werden wir sehen, ob es so bleibt, das werde ich nachher auch noch verraten, und das hat damit zu tun, dass es seit der Zeit, wo diese Produktivität so groß geworden ist, denn es gibt ja auch eine erste Schaffensperiode von 96 bis, ich glaube, 2005, wo die ordentlichen vier, fünf Jahre zwischen den Büchern vergehen. Aber dann werden es so viele und so schnell. Und es liegt daran, dass es seitdem so verrückt sich das anhört einen Plan gibt. Das heißt, für mich sind es nicht lauter einzelne Bücher, wobei ich immer versuche, es so zu schreiben, dass es alleine funktioniert. Weil klar ist, es kann jeder Text der erste sein, den jemand bekommt. Und ich möchte niemandem sagen, wie es bei diesen Fernsehserien heißt, previously on so, sondern das darf das erste sein und es darf auch das einzige sein. Und es darf auch jemand sagen, nur dieses Buch und die anderen habe ich versucht, die sagen mir nichts. Aber für mich ist es so, ich will tatsächlich, sagen wir mal, eine Gestalt machen. Und die Gestalt ist im Grunde entstanden zwischen 2000 und 2005 im Kopf als Plan. Gestalt im Sinne von einer Struktur. Genau, einer Struktur, einer Numeris, wie ein Mensch oder sowas, wie dieser Da Vinci-Typ, der da in dem Reifen da. Und da kann man halt sagen, okay, ich wusste vorher Hände, Füße, Kopf. Und dann kommen aber Probleme. Dann kommen plötzlich Achselhaare und Fingernägel und so ein Zeug. Und wenn man Pech hat, dann wird der Fingernagel halt sehr, sehr groß. Also ich habe einen Fingernagel, der ist dann tatsächlich 500 Seiten geworden, aber weil dabei einfach Probleme entstehen. Aber in der Tat ist das jetzt die Zeit. Und insofern, wenn wir jetzt von unten nach oben gegangen wären, das ist schon der Hals. Und es kommen noch drei Bücher und ich bin mal gespannt, ob, so wie Stephen King, der nach Dark Tower gesagt hat, ich bin jetzt fertig und dann kommt jetzt trotzdem jedes Jahr ein Buch. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn das fertig ist, das Ding. Das wird nämlich tatsächlich die nächsten zwei, drei Jahre fertig. Also das ist dieser ganze Komplex. Es kann sein, wie beim Fahrradfahren, dass du halt so viel getreten bist, dass in dem Moment, wo du aufhörst, fährt es halt trotzdem weiter. Oder es kann sein, dass tatsächlich irgendwann mal die Energie weg ist und dann weniger kommt. Keine Ahnung. Oder es kann sein, die Angst habe ich auch schon, dass ich mich in die letzten zwei Teile dermaßen verbeiße, dass die nicht fertig werden. Weil sozusagen die Ausrede, die immer mit dabei war, nämlich, na, wenn das nichts ist, wird das Nächste besser. Die ist langsam in Gefahr. Das geht ja mental nicht besser. Also jetzt ist das Ding langsam fertig und dann, so wie es dann ist, ist es dann halt. So, also, keine Ahnung. Ich mache nochmal einen Sprung zur Wissenschaft und Literatur. Sie haben Literatur studiert, aber auch Physik. Also Sie stehen in beiden Welten sozusagen. Wir machen am DRI auch gern die Verflechtung zwischen Wissenschaft und Literatur. Wir haben jetzt auch ein Projekt, bei dem wir Schriftsteller in wissenschaftliche Einrichtungen schicken, um nachzuforschen, damit sie nachforschen, inwieweit die Wissenschaften die traditionelle Rolle der Religion eventuell übernehmen. Und ich wollte gerne wissen, wie wichtig ist Ihnen die Verbindung zwischen Wissenschaft und Literatur? Sie haben es ja eigentlich sehr stark verflochen. Sie haben ja in der Musik förmlich Abhandlungen auch drin, über Programme, Mathematik und so weiter. Naja, sie ist mir so wichtig, wie sie, glaube ich, jedem auch einen fantastischen Begriff von Realismus. Ich sage ja immer, das ist Realismus. Warum ist das auch Realismus? Es sind lauter Sachen, die es nicht gibt. Aber ich glaube, das ist ein Realismus, der sozusagen nur Protokollsätze liefern würde. Also steht auf, geht essen, geht zur Arbeit und so weiter. Dem fehlt eine wesentliche Dimension, wenn es um Menschen geht, weil wir stellen uns die ganze Zeit Zeug dabei vor. Wir leben nicht nur in den Tatsachen. Wir leben die ganze Zeit in Vorahnungen, in Erinnerungen, in Spekulationen. Das heißt, Fantastik ist fast notwendiger Bestandteil für jeden Realismus. Und die Wissenschaft ist dafür wichtig, weil sie, weil das eigentlich, habe ich das Gefühl, da kann ich nachher auch noch drüber reden, konvergiert insofern, also ich war tatsächlich für das Physikstudium zu blöd. Ich habe zu blöd im Sinne von, ich habe keine Ideen gehabt. Also ich konnte es zur Not irgendwann mal reproduzieren, wenn es reingebimst wurde. Aber ich habe ein paar Vorlesungen angehört, habe gemerkt, okay, da müssen total viele Übungen sein. Das war dann auch schlecht. Und habe zu der Zeit schon geschrieben und hatte auch Möglichkeiten zu veröffentlichen und habe dann einfach das ganze Studium aufgegeben. Das heißt, man kann eigentlich eher sagen, ich habe versucht, beides zu studieren und habe dann immerhin beides aufgegeben. Das ist so, wie wenn man heiratet, eine Geliebte hat und dann zum selben Zeitpunkt sieht, es geht nicht, aber nicht eins aufgibt, sondern beides sausen lässt. Und ich weiß nicht, schwul wird oder so. Und wichtig ist es deswegen, weil in der Tat die Naturwissenschaften seit spätestens seit dem 19. Jahrhundert weniger und weniger dieses A, B, C haben, also A verursacht, B verursacht, C, und immer statistischer werden. Selber immer wahrscheinlichkeitshafter. Und damit sind sie langsam da, wo Aristoteles die Kunst gesehen hat. Nämlich nicht das, was wahr ist, sondern das, was wahrscheinlich ist. Und dieses Zusammenwachsen ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wenn es die Science-Fiction nie gegeben hätte, würde sie spätestens jetzt entstehen, weil allein um die Welt noch zu beschreiben, wie sie ist, wird man diese Verschränkung von Science und Fiction automatisch neu erfinden. Nur das Gute ist, es gibt sie schon. Und das heißt, man kann sich in den Dialog damit begeben. Und das versuche ich. Eine letzte Frage. Was glauben Sie, kann Literatur für den Menschen tun? Hans Wollschläger hat mal gesagt, ich möchte keine eigene Antwort geben. Ich möchte, da es um Literatur geht, ein literarisches Zitat als Antwort vorschlagen. Hans Wollschläger hat gesagt, der Mensch sieht nie so friedlich aus und ist nie so produktiv und richtet nie so wenig Unsinn an, wie wenn er liest. Das wäre die ganz bescheidene Antwort. Da hängt aber viel dran. Dann danke ich Ihnen herzlich. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.